Hey, subscribe me und mach die Glocke aktiv. Let's go. Wie heißt du? Anna. Anna. Maria. Maria. Antonella. Nochmal? Antonella. Antonella. Dein Name? Rachel. Rachel, okay. Auch Melin. Auch Melin? Ja. Okay. Naomi. Naomi. Okay, Naomi. Lilith. Lilith? Ja. Ey, ich hab viele Namen. Lilith. So, Lilith. Okay, so. Und zwar, musst du mich jetzt bewerten von 1 bis 10. Laura. Laura? Wer ist du? Benedito. Sophia. Sophia. Okay. Lisa. Lisa? Elisa. Ey. Lisa, Elisa. Okay, ich hab weh. Jetzt kann ich keinen Namen vergessen. Okay? Bewerten mich jetzt von 1 bis 10. 8. 8. Oh, come on. Okay. Fangen wir mit dir an, ne? Mhm. Ist ganz easy. Ist eigentlich voll chillisch. So, ihr 3, Girls, müsst mich jetzt bewerten von 1 bis 10. Okay. Fang an. Und du musst auch sagen, warum und was fehlt. Bist du 10. Okay, also ich mag auf jeden Fall deinen Style. Der ist schön. Okay, danke schön. Du kommst auch sehr sympathisch rüber. Dein schönes Lächeln. Oh, come on. Ich würde mal sagen, so eine 8. Schau mich an. Wie du, wie du schau mich an. Äh, 9. 9? Ey. Hey. 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 Get you. Hey. 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 Du wärst nicht mein Typ, aber dafür, dass du es nicht bist, würde ich sagen eine 8. Eine 8? Ja. Okay, aber was ist denn dein Typ? Ah, also groß bist du, das heißt, das ist ein Pluspunkt. Okay. Ich mag große Männer. Ich mag große Männer. So. Ansonsten stehe ich tatsächlich mehr auf... Und zwar, fahre ich mit dir an. So, du musst mich jetzt bewerten von 1 bis 10. Und danach musst du auch erklären, warum. Oh Gott. Also, ich würde sagen 6... 6 weil... Nein, 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 nein. 8. 8. Ey. Ey, warum überall heute die Acht, alle wohl? Okay, Acht, warum keine Zehn? Weiß nicht, einfach so, sag Acht. Acht? Bin ich ein Typ? Okay. Soll ich jetzt sagen? Du hast Zeit, du hast Zeit. Überleg erst mal noch mal. Überleg über den Kopf, denk noch mal nach. Du musst jetzt was Falsches sagen, sag ich das. Acht? Acht, ey. Blonde Haare und blaue Haare. Ach so, Acht. Man muss so Acht, 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 Acht. Okay. Du bist Lennart, du bist auf Arisch. Also Leute, ich mach bald ... Also wenn ich jetzt meine Haare blond werden wie Chris Brown. Ja. Und blaue Kontakten anziehen würde. Ich hab einen Freund. Okay, Nummer 10. Okay. Ich will aber wissen, was ist dieser fehlende Punkt? Du bist ja nicht perfekt. Kein Mensch ist so perfekt. Deswegen der eine fehlende Punkt. Weil Zehn ist wirklich so, perfekt. Also gibt's eigentlich ... Aber warte mal, komisch. Aber also gibt's kein ... ... 10 für dich? Nee, nee. Also ist mein für dich das Höchste? Ja, ja. Weil du hast immer gesagt, es gibt kein Mensch, das ist perfekt. Okay, ja, ich glaube nicht. Ja, aber das ist doch nicht schlimm, oder? Ja. Also der wird das akzeptieren. Okay. Ey, wenn du siehst ... Ich kreise sie nicht weg. Guck mal, sie sagt, ich hab einen Freund. Es gibt manche, die sagen nichts. Aber sie sagt dir einen Freund. Also keine Angst. Okay. Okay. Okay, warte mal, dein Freund ist wieviel? Eine Zehn. Eine Zehn. Okay, siehst du? Also kannst ja ... Ja, ey, sag einfach. So, überleg dir einfach, was sagst du? Yes. Ich würd' sagen, so eine Neun. Eine Neun? Come on, mein Zehn. Du bist noch jung und du viel noch dazulernen kannst. Nee, 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 warte mal. Was ist das? Das ist eine Bombo. Ich bin steuerhaft. Bist du zehn? Ich weiß nicht, also so eine Zehn ist für mich halt jemand, der voll mein Typ ist. Und das bist du halt auch nicht. Und deshalb keine Zehn. Bin ich gar nicht dein Typ? Nein. Gar nicht? Nein, gar nicht. Boah, ich hab mich schon gefreut und so, ja. Okay. Ich würd'ne sieben geben. Sieben. Was ist das? Also du kommst sympathisch rüber, was du anhast, ist auch okay. Okay. Aber der Bart gefällt mir nicht so. Das Ding würd' ich acht sagen. Acht? Ja. Guck mal, ich hab wieder acht. Hey! Okay, und? Und dir? Ja, ich würd' dir auch eine Acht geben, ne? Ach, aber warte mal, wieso nicht die Zehn? Neun? Was fehlt denn so? Du sagst ja älter. Du bist noch ein bisschen älter werden. Also Falten sollen kommen, oder was? Nein, die älter werden, reifer werden. Ralf macht auch Sechste. Ach so, dein Plan, dass du mir an die *** ging, 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 yeah. Geh ich. Also, ich hab' ne neun bekommen, ihr Freund hat ne Zehn. Was hat dein Freund, was ich dich habe? Ähm, der hat keine Waves. Oh, komm, Mann. Aber, warte mal, Waves? Waves? Waves, aber Waves ist noch ein Pluspunkt. Ja. Okay. Aber der hat Dreads. Der Dreads, ahhh, Kollegah, ja. Okay, easy. Also, der Dreads, er kann diese ... Aber nur manchmal. Manchmal? Ja, nur manchmal. Und was hat er sonst immer? Wo? Wo, normal. Ah, Iro. Okay, easy. Ist der Jerk, ja? You're a joke, 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 you're a ******. Hahaha. Bro, okay. Alles gut. Okay, Lele. Aber jeder hat halt seinen eigenen Geschmack, ne? Sei doch vor, 8 ist viel, ja? Ja, 8 ist viel, natürlich. Aber ich möchte wissen, du sagst hier so, ey, ich muss ... Oh, Melin, ja. Sieht aus. Style ändern. Style ändern. Äh, wie soll ich mich anziehen? Ah, ja. Hey, Stavi. Okay, nicht dein Style? Also Classic willst du haben? Ja. Ich hab einen Freude. Hm, nicht so. Nicht so? Geht so. Geht so? 50%? Ja. 50%? Stabil. Kann ich mit leben. Alles gut. Okay, Elisa. Ja? Eins bis zehn. Ich glaub 8,5. Ach, komm. Das ist stabil. Stabil. Okay. Was hattest du? Okay. Ich hab einen Freude. Ich hab heute viele Arten gehört, ja? Aber ich will eine Zehn hören. Okay, was fehlt bei mir für eine Zehn? Keine Ahnung. Also ... Also ... Ja, red, red, red. Du siehst gut aus. Also für manche Frauen bestimmt. Aber ... Ey ... Du hättest gesagt, ich siehst gut aus. Also ... Ist das jetzt wirklich so ... Okay, ey ... Du ... Du findest es wirklich so? Wenn manche Frauen würdest du bestimmt gut aussehen. Wenn manche ... Schwarzsinn. Das ist Flachsinn. Weil das bist nicht du. Ja ... Ja, ich weiß. Aber ... Das sind ja die Sachen, die ... Die das ja so attraktiv machen. Also ... Ich hatte auch schon ... Ich hatte auch schon experimentiert. Die war hatten braune Haare und braune Augen. Im Endeffekt ist es der Typ, der das Gesamtbild macht. Und der Charakter. Aber du hast von Äußerlichen gesprochen. Also bin ich ehrlich. Eine Acht. Siehst du? Leute ... Ich hab eine Acht. Und ich bin nicht ihr Typ. Stabi. Ey ... Es steht hier ... Es steht hier, aber ... Ich ... Ich finde Babyface besser. Babyface? Do you like skinface? Ey ... 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 Ich bin Babyface ... Weißt du, wenn ich Babyface ... Ich hab gleich mit mir geredet, ich war 16. Ja, glaub ich. Okay, und du? And ... Ich sag das gleich. Nein, nein, nein. Du musst es auch ... Mit deinen Worten musst du es sagen. Ja, so eine 8, 9. 8, 9 ... 9 ist eigentlich schon das so ... Höchste, also ... Okay, 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 okay. Also Leute, wisst ihr Bescheid. Ich bin Nummer 10. Komm. Jetzt bist du dran. Nicht verstecken. Keine Angst, ich weiß nicht. Bewertet mich von 1 bis 10. Acht. Acht? Guck mal, alle gehen nur 1 runter. Machen nur 1 runter. Warum? Ähm ... Ich weiß ... Also ... Weiß nicht. Keine Ahnung. Einfach keine Ahnung. Keine Ahnung. Du kommst es klar, ne? Deswegen sag einfach irgendwas. Was fehlt dir für eine 10? Ich möchte gerne wissen. Ich weiß nicht. Ich stehe nicht so voll drauf. Echt? Ja. Also wenn ich wegmache, dann ist das nicht so ... Was fehlt dir noch? Sag mal, was dir noch fehlt. Aber dein Freund ist am Lachen. Die Lächeln. Okay, was fehlt bei mir für eine 10? Keine Ahnung. Also ... Also ... Rede, rede, rede. Du siehst gut aus. Also für manche Frauen bestimmt. Aber ... Ey ... Ey ... Du hättest gesagt, du siehst gut aus. Ja. Also ... Ist das jetzt wirklich so ... Diese ... Okay, ey ... Du findest es wirklich so? Für manche Frauen würdest du bestimmt gut aussehen. Für manche Frauen? Ja. Okay. Das reicht mir. 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 Okay. Dankeschön. Wir sehen uns. Gerne. Ey, Leute. Ich bin 8. 8. Heute bin ich 8. Let's go. Weiter. Was fehlt? Seht dein Outfit auch? Ja, also ... Aussehen, Outfit, alles. Ich weiß nicht. Bisschen Farbe vielleicht. Ey ... Also stimmt das. Eben haben wir ein bisschen gehört. Bei mir fehlt ein bisschen Farbe. Aber sie auch keine Farbe. Ja, aber ... Das scheint was. Weißt du? Ah ... Da ist nur ein Kick drin. Du hast auch nicht viel Farbe, ne? Ja. Das ist auch ... Das ist auch ... Das ist auch alles wirklich schön. Das war's. Lisa, Elisa. Haben mich bewertet. Und ja ... Warte mal ganz kurz. Willst du dein Typ? Ja. Oh ... Komm, wir gehen. So ... Ich hab einen Freund. Ja. Okay, aber ... Ich will trotzdem ... Warum ... Die 2 Punkte zu wenig? Ähm ... Siehst du? Melanin ist Papa. Ähm ... Ich weiß nicht. Also ich kenn ... Leute, die sind hässiger, aber auch hübscher. Deswegen ... Aber du wirst nicht ... Also achtest du hoch. Okay. Okay. Alles gut. Ich weiß nicht. Ja, dann 10. Oh, dann 10. Also ... Leute ... Was bedeutet ... Also ... Let's go. Wir gehen, ne? Peace out. Ja, peace out. Halt. Okay. Neun. Okay. Sag mal, wieso hast du ... Was ist ... Wieso gibst du mir ne neun, nicht wie dir ne acht? Du bist schön groß. Deswegen ... Ah ... Siehst auf große Männer, hä? Ja. Okay. Bin ich dein Typ, ja oder nein? Ich weiß nicht. Hä? Ich weiß nicht, was dein Typ ist, hä? Weil ich weiß nicht, wie dein Charakter ist. Weißt du nicht? Ja, aber guck mal, vom Aussehen her ... Ja. Ja? Wir tauschen gleich unsere Sachen auf. Okay, nein, ist korrekt. Okay, ey ... Yo. Welcome guys. Jibs sind hier. Live uns im Hotel. Ich bin in Düsseldorf, Ratingen. Und ... Wenn ihr euch Video gefallen hat, einmal subscribe, like, Glocke aktiv machen. Ich danke euch über alles, Leute. Und ... Ihr wisst, die Videos kommen, die Videos kommen. Ich hab euch was besprochen. Also ... Let's get it popping. Let's get it popping. Let's get it popping. Und ... Wir sehen uns. One love. Jibjib Fam. Peace out. Hast du ne andere Frau? Nein. Sag mir das jetzt so. Ich hab ja eine Frau. Siehst du? Dann der Computer, deine Bombe. Mir ,e diyor ich schon, siehst du? Vergebt mich jetzt ... underlying ... nós ... Nein, 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 nein ! Nein, 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 nein ! Jetzt ... Du mich ... Das encontrarこんにちは ... Aber, siehst du ... Also ... Dann wird es, der acoustic resistiert. Und dann wird es, dass er nicht ermöglicht. And man kann nicht nur ... Sag mal, frei ...